So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und auf dieses Video habe ich selber schon so lange gewartet. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen einen Artikel gesehen, am 13. Oktober ging der online. Und ich habe bis jetzt noch nichts gefunden von anderen YouTubern, die dazu was gemacht haben. Ich finde das Thema aber so interessant, dass ich jetzt dazu ein Video machen möchte, um fleißig Klicks abzustauen. Nein, einfach nur. Nächster Community Day. Die Leute fragen sich natürlich, was wird reinkommen. Ihr wisst, im Dezember gibt es dann wieder den Super Community Day mit allen Pokémon, die das ganze Jahr über so in den Sea Days waren. Jetzt ist aber was aufgetaucht, was ein paar Vermutungen zulässt, dass wir vielleicht einen Shinox Community Day haben werden. Oder ist das komplett abwegig und geht überhaupt nicht? Und wie würdet ihr das finden? Und vor allem, wie finde ich das? Da gehen die Meinungen nämlich wieder komplett auseinander. Ich kann gleich vorweg sagen, ich finde es kacke. Ich weiß aber, dass 99% der Leute da draußen sich übelst freuen würden. Wie kommt man jetzt dazu? Das ist also nichts Offizielles. Das ist wieder was, was gefunden wurde im Data Mine mit einer Sache, die auf was hinweist, was man in Kombination bringt mit vergangenen Sea Days und Features. Und die haben sich damit beschäftigt und eben diese Frage aufgeworfen. Ich möchte also rein in der Theorie mit euch jetzt mal hier rüberschauen. Pokémon Go Data Mine, Shinox Photobomb. Wir werden uns jetzt nicht alles hier durchlesen. Also, dass ein Data Mine halt ein Data Mine ist. Jeder müsste ungefähr wissen, was ein Data Mine ist. Ansonsten habe ich es eigentlich schon erklärt. Shinox Photobomb. Auf Twitter teilen die Pokéminers oft einzelne Funde mit, wie etwa einzelne Textzeilen oder eben einzelne Grafiken, die entdeckt wurden. In diesem Fall wurde nun eine Grafik gefunden, die Shinox als Photobomb zeigt. Muss eigentlich nichts heißen. Aber wann gibt es Photobombs? Bei bestimmten Events. Oder am Sea Day. Die Begegnungen aus Schnappschüssen Photobombs wurden gemeinsam mit Farb-Eagle als Feature in Pokémon Go eingeführt. Inzwischen ist es jedoch üblich, dass es zu bestimmten Events garantierte Begegnungen aus den Schnappschüssen gibt. Das ist aber dasselbe Bild noch 20 Mal. Die Vermutung liegt nun also nahe, dass Shinox Teil eines kommenden Events sein wird. Der Artikel wurde noch vor dem Halloween-Event rausgehauen. Zum Halloween-Event war aber nichts mit Shinox angekündigt. Also es wird da auch immer viel rausgehauen. Für Shinox wurde gar nichts gesagt. Die Leute gehen also jetzt davon aus, dass es sich nicht mehr um den Oktober handelt, sondern dass es zum November gehört. Was wird es für ein Event geben im November, wo Shinox Teil davon sein wird und in der Photobomb auftaucht? Daher die Frage Shinox Community Day. Der Community Day für den Monat November wurde noch nicht offiziell angekündigt. Und die hier gezeigte Grafik lässt zumindest die Vermutung zu, dass Shinox eventuell der nächste Community Day sein wird. Üblicherweise tauchen solche Grafiken meist kurz vor der eigentlichen Verwendung im Spiel auf. Da jedoch in der Ankündigung zu Halloween keine Rede von Shinox ist, ist es naheliegend, dass die Grafik erst im November zum Einsatz kommt. Wie ich es eben schon gesagt habe. Noch ist es reine Spekulation, ob Shinox der nächste Community Day sein wird. Auszuschließen ist es in jedem Fall nicht, da bereits existierende Shinies inzwischen keine Seltenheit mehr sind und Shinox ebenfalls zwei weitere Entwicklungsstufen hat. Wir haben es heute im Stream, in dem Safari Zone Stream, aber auch nochmal darüber gehabt. Es gibt ja eigentlich keine geltenden Regeln für Community Days. Es muss nicht immer sein, dass ein Pokémon reinkommt, was drei Stufen hat. Klar, sagt man bei den Startern natürlich, ihr habt das Grund-Pokémon, die zwei Weiterentwicklungen, ihr habt das und das und jenes hin und her. Das sind gute Kandidaten, die zu einem Community Day eingeführt werden als Shinies und haben eben drei Stufen. Carbador hat uns aber gezeigt, muss nicht sein. Carbador hat jetzt ein Sea Day und hat nur eine Weiterentwicklung. Bei anderen, bei Magma, bei Electek, gab es ja eigentlich auch nur das Pokémon und die Weiterentwicklung. Da haben sie es aber über die Babys gelöst, dass die während des Community Days aus den 2km-Eiern kamen. Und, ja, Shinox hat jetzt wieder drei Formen. Shinox ist ein Shiny, was es schon gibt. Ich persönlich finde deswegen, für mich wäre es richtig Abfuck, ja. Denn ich habe damals Raids gemacht mit Shinox. Ich fand das so gut, dass es ein reines Raid-Pokémon war, was es eben nicht wild zu fangen gab, was man nicht snipen konnte, sonst was hin und her. Dass man eben Raids machen konnte, musste Glück haben, genau wie Praktibalk. Praktibalk auch einfach in den Raids oder eben in den 10km-Eiern, eben wie Shinox. Finde ich, hat ein gewisses Etwas. Finde ich eigentlich gut gemacht, weil die trotzdem dadurch irgendwo noch einen Seltenheitswert haben. Ich habe meine Shiny-Familie voll von Praktibalk, von Shinox. Ich fände es gut, wenn die wirklich besondere Pokémon bleiben, dass ihr die eben nur aus einem Ei oder aus einem Raid ziehen könnt. Weil das dann eben wirklich was extrem Besonderes ist. Jetzt einen Community-Day mit Shinox. Und dieses Pokémon, was es noch nie wild gab, plötzlich überall wild sitzt, fände ich viel zu übertrieben. Der Wert des Shinies wäre auch gleich 0. Mir persönlich, ich fände es auch wieder etwas langweilig, weil dann wieder ein Pokémon reinkommt, was nicht neu als Shiny eingeführt wird. Was es schon als Shiny gab und was meine Sammlung wieder kaputt macht. Ich glaube aber ganz fest daran, dass die meisten von euch sagen würden, genial, das Shinox gibt es zwar schon so lange im Raid, aber momentan gibt es keine Shinox-Raids mehr. Ich habe noch nicht mal normales Shinox. Das Shiny ist so golden, das sieht richtig genial aus, einen Shinox-Community-Raid würde ich absolut feiern. Da du dann eben die ganze Familie voll hast, die eben richtig gut aussieht, du gleich die Möglichkeit hast, noch ein gutes Shinox mitzunehmen, gleich XL-Bomboms dabei. Kann ich auch alles nachvollziehen für diejenigen, die das alle so sehen. Ich persönlich würde es aber lieber haben, wenn Shinox eben ein besonderes Pokémon bleibt. Genau wie Praktibalk. Sonst, wenn die uns jetzt zeigen, dass Shinox einen Community-Day bekommt, müsste man ja davon ausgehen, dass auch irgendwann Praktibalk einen Community-Day bekommt. Obwohl, da würde ich mich eigentlich freuen über die XL-Bomboms und die Suche nach einem 100er. Aber ja, dann ist das wieder so, dann hat das ja wirklich wieder jeder und dann ist das wieder nichts Besonderes mehr. So ein Meistergriff finde ich auf jeden Fall noch brutaler, das als Community-Day, als ein Shinox, weil damit machst du ja trotzdem nicht unbedingt was. Ich finde, das ist jetzt nicht das nützlichste Pokémon. Es muss euch jetzt nicht so hinterhergeworfen werden. Lasst das was Besonderes sein. Ich habe die Shiny-Familie voll, aber ja, ich darf nicht nur an mich denken, ich muss auch an euch denken, aber... Weiß nicht, gab es sowas denn schon mal? Wie ist es denn mit Klick? Klick wäre auch so ein Pokémon, was es nur in Raids gab oder eben aus Eiern, was es nicht wild gab. Dann fangen die damit an. Klar, Kaumalad sagt man auch, Kaumalad war ein seltenes Shiny, Kaumalad war ein richtig krasses Pokémon, aber Kaumalad konnte eben schon immer wild spawnen, bei bestimmten Events häufiger spawnen. Wurde dann als Shiny eingeführt, da haben sie alles richtig gemacht. Trotzdem ist ein Kaumalad immer noch ein Kaumalad und ein cooles Pokémon, mit dem man auch was macht, wo man auch eine ganze Armee aufbauen will. Aber wer braucht eine ganze Shinux-Armee oder wer braucht 50 Shinies von Shinux an sich? Weiß ich nicht. Das ist aber nur meine Meinung, wie gesagt. Wir wissen nicht, ob es so kommen wird. Ich kann jeden verstehen, der das feiern würde, weil er eben noch keinen Shinux hat und weil er die Familie voll haben will und weil er das Shiny richtig cool findet. Ich persönlich fände es aber etwas schade. Außer sie fangen damit an und machen das mit Klick genauso, machen das mit Praktikal genauso hin und her. Wenn man eh keine Ideen mehr hat, großartig, was man reinbringt, ist trotzdem irgendwie besser, als wenn sie jetzt sehr pfoi, als Shiny eingeführt haben bei einem Event, um dann anschließend, kurz nach dem Event, einen Sehr-Before-C-Day zu machen. Das war für mich das Unnötigste auf der ganzen Welt. Ein Starter, der eh garantiert einen C-Day bekommt, schon vorher einzuführen bei einem Event als Shiny, um kurz danach aber den C-Day davon noch abzuhalten. Dann doch lieber Shinux-C-Day. Ich habe keine Ahnung. Schreibt immer rein, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, dass das so kommen wird oder was ihr denkt, was im November kommen wird und auf was ihr euch am meisten freut. Was ist euer Favorit für einen kommenden C-Day? Ich denke mal, Milza ist da bei vielen ganz oben aufgelistet. Das kann aber auch noch dauern. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.